Moin zusammen, Eral hier. Herzlich willkommen zu eurem Let's Play am Präabend. Wir spielen heute mal wieder eine Runde Workers & Resources, nachdem wir das jetzt neulich endlich mal hinbekommen haben, dass im realistischen Modus die Stadt hier läuft, gucke ich jetzt, dass sie sich jetzt noch ein bisschen weiter ausbauen. Wir brauchen noch so ein bisschen Parteizentrale und so weiter. Das machen wir jetzt so nach und nach im Laufe der Folge. Lasst immer auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, um meinen Kanal ein bisschen zu unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen und ich freue mich auch immer über Tipps. Also wenn ihr irgendwo seht, hier, da machst du vielleicht was falsch, dann freue ich mich über konstruktive, wohlbemerkt Tipps. Deswegen auch die gerne in den Kommentaren lassen und ansonsten jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Und wir gucken mal, was so die sinnvollsten nächsten Schritte sind. Sehen wir irgendwo, wie viele Arbeitsplätze wir haben. Wir haben, kann ich da draufklicken vielleicht? Nee. Okay. Immer Bevölkerungsstatistik. So, wir haben 573 Leute im produktiven Alter. Davon sind 5% arbeitslos. Das ist halt die Frage wegen kleinen Kindes. Okay, aber nicht wegen fehlenden Arbeitsplätzen. Das bedeutet, wir haben sogar eine gute Möglichkeit, weil wir haben jetzt 1143, dass wir hier die vielleicht auch noch ausbauen. Kein Bauamt, Bau wurde unterbrochen. Genau. Weil diese dürften noch versorgt sein mit allem. Hier mit Strom, mit Heizung, mit Wasser, mit Abwasser. Sehr gut. Und von den Wegen her ist auch noch alles erreichbar. Das heißt, wir würden dann hier mal ausbauen. So, lass mal. Komm, wir nehmen mal die beiden Gebäude hier, weil wir brauchen ja jetzt auch demnächst dann wieder ein paar mehr Leute, die irgendwo arbeiten. Dann kommen wir da ein bisschen voran. Währenddessen würde ich gerne hier, reiße ich glaube ich die Straße ab und baue dann die Parteizentrale hin. So, hier haben wir schon, genau, Polizei haben wir da. Wir haben hier die Feuerwehr. Okay, dann würde ich hier mal die Parteizentrale setzen. Und wahrscheinlich macht auch folgendes Sinn, sofern dann weiterhin alles erreicht wird. Wenn wir jetzt hier sagen... Warte. So. Aber das sieht gut aus. Auch die Heizung und sowas kommt hier auf jeden Fall noch hin. Einmal. Und dann spiegeln wir das einmal noch. Hier und hier auch, so wie es aussieht. So, dann baue ich nämlich hier nochmal zwei so Häuser hin. Ihr seht auch gleich warum. Weil, wenn wir jetzt sagen staatliche Infrastruktur. Wir bauen jetzt hier eine Zentrale der kommunistischen Partei. Die passt so nämlich rein. Aber, wenn wir dann sagen, als erstes mal hier die Kiesstraße noch einmal ein bisschen aus. So. Und auch bis hier hin. So. Das können wir schon mal in Auftrag geben. Dann können wir hier nämlich einen Asphaltweg bauen. Einmal und zweimal. Ah, das ist ein bisschen doof, ne? Das sehen wir hier... Geht das so? Einmal und... Zweimal. Okay. Dann haben wir die Asphaltwege. Also gleich dann, ne? Und dann bauen wir... Staatliche Infrastruktur... Äh, Partei... Zentrale kommt dann hier so hin, ne? So vielleicht. So wäre es jetzt auch dazwischen. Dann ist die hier nämlich recht mittig. Aber da wird es halt nicht mal von Strom und so weiter erreicht, ne? Heizung geht noch. Ich baue die jetzt mal da hin. Erst mal den Bau aussetzen. Wir planen jetzt erst mal ein bisschen, ne? Und dann können wir... Technische Universität, Studentenwohnheim. Hier, schau mal. Weil da drin sind ja auch Studenten dann aktiv. Das heißt, wir können dann hier... Oder sollen wir lieber das hier bauen? Nee. Wir bauen das hier. So. Einmal und... Wo liegt denn das an? Hier, ne? Nee, hier. So. Und zweimal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die tatsächlich einen Straßenanschluss brauchen. Ich glaube nämlich fast nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die dürfte auch so funktionieren. So, hier setzen wir den Bau auch erst mal aus. Die beiden können ruhig gebaut werden. Wir müssen nur gucken, dass die Arbeitslosigkeit nicht zu hoch wird. Aber das dürfte sich eigentlich liegen, wenn wir hier dann einfach mehr Mitarbeiter haben. Das heißt, wahrscheinlich brauchen wir eben diese paar Häuser, die wir jetzt haben. Und dann sinkt die Arbeitslosigkeit wahrscheinlich sowieso. Okay. Dann kommen die Kiesstraßen doch noch mal ein kleines bisschen weiter raus. Ähm, so. Und dann können wir hier hinten eigentlich weiterbauen. Vielleicht mal mit diesen großen Häusern. Mit denen hier. So, das bedeutet, wir brauchen dann hier die nächste Kiesstraße. Hier war das jetzt, ne? Ja, wir haben ja noch nichts in Auftrag gegeben für den Fall der Fälle. So, einmal und zweimal. Und dann können wir nämlich noch... Hier würde ich... Na, wobei... Sollen wir das hier schon machen? Dass wir hier schon so ein Umspannwerk und sowas... Weil eigentlich würde es hier drüben, glaube ich, auf der Straßenseite mehr Sinn machen, ne? Dass wir möglichst weitläufig halt werden einfach. Aber gut, wir schauen mal. Also, pass auf. Dann baue ich nämlich hier drüben einmal dieselbe Architektur hin. So, und... So. Das setzen wir natürlich auch erstmal alles aus. Okay. Und hier kommt dann... Weil die erreichen nämlich, glaube ich, jetzt diese ganzen Sachen zu Fuß nicht mehr. Oder? Nee, okay. Okay, dann kommt hier nochmal so ein Asphaltweg rein. Okay, Asphaltweg. Geht das so? Halbwegs. Na gut, dann baue ich den halt. So. Und dann hier noch einmal, ne? Bis hierhin. Dann einmal. So. Dann dürften die hier eigentlich zu Fuß da etwas besser hinkommen. Ja, 322 ist halt... Ah, nee, warte, warte. Dann müssen wir natürlich noch... Die hier kommen dann noch hin, oder? Aber nicht zum Einkaufsladen. Dann brauchen wir hier nämlich auf jeden Fall noch eine Grundversorgung. Aber lass mal noch kurz schauen. Vielleicht können wir hier... Einmal... Und zweimal... Na, das reicht aber immer noch nicht. Also den Einkaufsladen und sowas, da müssen wir jetzt tatsächlich einen neuen hinbauen. Dann würde ich sagen, bauen wir den... Kann ja hier dann wieder so eine Kiesstraße auch weiterbauen. So. So, jetzt sind die alle einigermaßen gleich. Dann brauchen wir hier so einen Kindergarten vielleicht, ne? Oder wir bauen halt... Das könnten wir eigentlich auch machen. Dass wir hier halt Bushaltestellen hinbauen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dann bauen wir auf der einen Seite eine Bushaltestelle, dass die halt auch hier vorfahren können und so. Und auf der anderen Seite machen wir trotzdem noch mal so ein Einkaufszentrum und sowas hin. Oder wir bauen halt hier so ein großes Einkaufszentrum hin. Das können wir eigentlich auch machen. So als Stadtkern sozusagen. Boah, das ist doch doof. Warum können die nur so wenig weit laufen? Aber reicht das mit dem Bushaltestellen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die dann über die Bushaltestellen auch dann zu ihren Einkaufsläden laufen und sowas. Können wir da einzeln versuchen? Die können wir nicht, ne? Wir können es ja mal versuchen. Und sonst gucken und müssen wir halt da hinten die Häuser wieder leer machen. Also, pass auf. Dann gibt es einmal eine. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Das ist eine Tankstelle. Wo ist denn das? Für Frachtbetankung? Ah, hier für Bürger. Wo ist die Haltestellen? So. Dann bauen wir die nämlich einmal. Hier hin, würde ich sagen. So. Und gucken dann natürlich, dass die hier auch noch verbunden wird mit dem. Dann machen wir es so. So, dann einmal hier. Und hier. So, dann haben wir da auch eine schöne Straße. Hier können dann nochmal ein Denkmal oder sowas hin. Beziehungsweise, ne, hier kommen wir die Versorgungsleitung jetzt eigentlich alle hin, ne? Hier kann dann noch so ein Denkmal auf jeden Fall hin. Vielleicht hier das große. So. Okay. Dann haben wir hier nochmal so ein Denkmal. Da vorne kommen dann natürlich auch noch ein paar Sachen hin. Sind jetzt eigentlich gleich mit 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, das passt. Hier haben wir dann die Bushaltestelle. Hier können wir trotzdem so ein bisschen Grund versorgen. So zum Beispiel eben für Schüler und sowas. Und im Kindergarten und sowas hinbauen. Aber jetzt kommen hier erstmal die Leitungen. Wir haben hier. Links haben wir Strom und Wasser. Und rechts haben wir Abwasser und Heizung. Das bedeutet. Ähm. So. Strom. Aber in dem Fall baue ich das dann so rum. Na, das geht aber gar nicht, oder? Kann aufgrund Infrastruktur nicht gebaut werden. Das ist aber doof. Warte mal. Ich mach das mal so. Ja, dann haben wir einmal Strom und einmal Wasser. Äh. Wo haben wir das? Wasseranschlussstation. Hier. Hier. Packe ich mal hier hin, ne? So. Und hier dann nochmal. Mit einem Wegchen dahin. Also. Dann haben wir Abwasser und Heizung. Das bedeutet aber auch, wir brauchen hier nochmal. Wenn ich jetzt in die Untergrundansicht gehe. Hier kommt die nächste Heizung. Die kann dann hier lang fließen. Dann brauchen wir hier wahrscheinlich nochmal etwa eine Heizpumpe. Eine. Das ist eine große Fernwärmepumpe, oder? Eine Fernwärmepumpe. Ist der da überhaupt irgendwo rein? Bin ich am ehesten noch hier? Dann müsste dieser Weg aber weg. Dieser Weg? Hört kein leichter sein. So, dann haben wir hier eine Fernwärmepumpe. Und dann können wir hier nämlich einmal das Rohr hinbauen. So. Das können wir schon mal in Auftrag geben. Und dann geht es hier wieder zum Wärmeverteiler. Aber ich weiß nicht, ob das wieder zu weit ist, ne? Oder ob wir hier vielleicht nochmal eine Fernwärmepumpe hinbauen müssen. Ich baue hier vorsichtshalber noch meine hin. Ich glaube, Fernwärme ist echt so ein Ding. Das darf halt nicht zu weit fließen auch, ne? So, dann haben wir hier einmal einen Wärmetauscher. Machen wir hier hin vielleicht. Ein bisschen höher, so. Einen Wärmetauscher. Und ein Abwasserding. Abwassertank hier. Mal sehen. Ich hoffe, ich kriege da noch einen Weg hin. Perfekt. Ein Abwassertank. So. Brauchen wir hier eigentlich noch so einen Abwasserzusammenfluss. Den baue ich mal. Bisschen scheiße, wenn wir das jetzt abreißen, ne? Aber ich glaube, wir kriegen es anders fast nicht hin. Warte. So, ich reiße mal bis hier hin ab. Ich weiß, es ist die Wasservorsorge abgeschnitten. Ich mache mal Pause. So, dann brauche ich hier... ...eine Pumpe. So, eine Pumpe. Eins zusammenfluss. Einmal gespiegelt bitte. Und dann hier nochmal die Abwasserrohre. Einmal da. Einmal... ...hier dran. Toll, wir müssen es echt da noch ein bisschen mehr abreißen, dass es da wieder dran geht. So. Einmal hier. Und... ...einmal... ...hier. So, sofort bauen. Und zwar mit höchster Priorität. Hohe Priorität. Hohe. Hohe. Also vor allem das hier halt, ne? Dass der erstmal weiter das Abwasser liefern kann. Bevor der hier voll läuft. Okay. Das wird nichts. So, aber... ...dann sagen wir mal, ne? Dass er so schnell wie möglich einfach wieder liefert. Das hier dann hohe Priorität. Hier wird dann das Abwasser auch wieder dahin gebracht. Dann brauchen wir hier noch einmal die Fernwärmeleitung. Die einfach mal in einem großen Bogen dann hier hinkommt. Und den Bau können wir auch starten. Und dann brauchen wir eine Wasserleitung. Dafür würde ich noch eine Wasserpumpe gerne anschaffen. So, einmal hier raus. Das kommt dann da hin. Dann brauche ich eigentlich... ...hier vielleicht irgendwo noch eine Pumpe. Das ist doof. Hier würde sie es ja gut machen dazwischen, ne? Sonst machen wir es halt hier. Ich hoffe, das läuft auch trotzdem. Einmal. Und... Zweimal. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz für den Strom. So, das kann auch schon gebaut werden. Und dann zu guter Letzt natürlich noch die unterirdische Stromleitung. Mittelspannung brauchen wir da, glaube ich, ne? So, wo haben wir die? Die fließt hier drunter. Ja, dann mache ich... ...mache ich mal so. Warte. So, einmal. Zweimal. Dann hier unten durch. Und dann wieder hier hoch. Es dauert jetzt zwar ein ganzes Weilchen, bis das hier alles gebaut ist. Gerade diese Stromleitung, ne? Da haben wir jetzt gesehen, irgendwas mit 5000 Arbeitstagen. Aber letzten Endes haben wir dann halt eine ordentliche Versorgung auch hier hinten. Und können halt da die Stadt etwas weiter ausbauen. So. Und dann haben wir die vier Hauptdinger schon mal erreicht. Hier muss noch, wie gesagt, jetzt das Dingens da fertig gebaut werden. Und ich hoffe, das kriegen die möglichst schnell hin. So, wir spuren ein bisschen vor. Dass wenigstens hier die Abwasserfassung wieder sichergestellt ist. Ähm. Warum bauen die eigentlich überhaupt nichts? Keine Arbeit oder Baufahrzeuge. Ach, die brauchen noch Beton. Okay. Jetzt bauen sie sehr gut. So, wie sieht's aus? Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch... Ah, jetzt brauchen wir Plattenbauteile. Okay. Und eigentlich Arbeiter. Aber irgendwie kommen die nicht aus den Häusern. Also haben wir tatsächlich die Arbeiter ganz gut verteilt. Warten immer noch auf Arbeiter von weiter weg. So, einmal. Hier das halt auch hohe Prio, ne? Na komm, schick der Arbeiter hin. Was ist denn? Los geht's. Diep, 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 diep. Warum sind hier keine Bauämter zu... Achso. Ah, fuck. Stimmt, das Problem hatten wir schon mal. Das hier muss nämlich noch eine hohe Priorität haben. So, dass sie erst die Straße fertig bauen können. Um dann halt da hinzukommen. So, jetzt, guck mal. Das sieht doch besser aus. So. Da brauchen wir noch Asphalt. Weil die Rohre sind, glaube ich, fertig, ne? Genau, wir brauchen nur noch den Zusammenfluss, dass das Wasser wieder abgießen kann. Du bringst dir da ein paar Arbeiter hin. Also noch haben wir aber auch kein Problem mit irgendwie, dass es... Ja, perfekt. Dann kann das jetzt nämlich gebaut werden. So, es kommen schon ein paar ansässige Arbeiter. Das ist schon mal ganz gut. Hier kommt der Bagger wieder. Ah, fuck, okay. Wir brauchen aber auch noch Beton und so, ne? Da kommt der Betonmischer. So. Einmal der Kies. Komm schon, Betonmischer. Wo bist du? So, jetzt, okay. Okay, jetzt machen wir schon wieder Beton und Stahl. Aber das läuft auf jeden Fall, ne? Und wir verlieren jetzt auch nicht zu krass an Gesundheit. Alkoholkonsum, Umweltverschmutzung haben wir halt trotzdem ein bisschen, ne? Aber so insgesamt geht es einigermaßen. Sobald das hier wieder abfließt, dann das Abwasser. Haben wir wieder hier eine hohe Zufriedenheit insgesamt. So, hier wird gebaut, genau. Dann hier hinten würde ich gerne dann noch solche Sachen wie jetzt zum Beispiel Spielplätze und sowas hinbauen. Äh, ähm, Kindergärten und sowas meine ich. So. Dass die da halt auch kurze Wege haben, ne? Vielleicht schaffen wir es auch hier noch einen Fußweg hinzubauen. So. Der dann hier anschließt. Okay. Dann. Staatliche Infrastruktur. Kindergarten. Nehmen wir hier den 180er, würde ich sagen. Haben wir den Kindergarten. Da reicht dann aber auch ein Fußweg zum Anschluss. So. Und eine Schule kommt hier auf jeden Fall noch hin. Nehmen wir mal hier die 156er. Das dürfte gehen. So. Okay. Dann haben wir eine Schule. Und als zu guter Letzt brauchen wir dann, die Bushaltestelle wird schon gebaut. Das heißt, wir können dann die Busse auch hier rüberführen. Dann haben wir da hoffentlich auch vorne schon eine Versorgung. Aber die wichtigsten Sachen baue ich trotzdem mal. Unter anderem, weil wir sowieso da auch ein bisschen Dings brauchen. So. Und dann nehme ich einmal ein kleines Einkaufszentrum für 150 Besucher. 105, 180. Nehmen wir mal das hier. So. So. Das baue ich mal da hin. Dann kommt hier wieder eine Asphaltstraße durch. Und dann natürlich noch ein Lagerhaus und sowas. Achthof. Also dann bauen wir jetzt zuerst mal eine Kreuzung. Die kommt aber da oben hin. Einmal. Dann eine Gabelstaplergarage. Die brauchen wir auch dafür. So. Und ein Lagerhaus. Nehmen wir hier 520. Warte mal. 520. Ah, hier 160. Das wollte ich nämlich bauen. So. So. Das kann gebaut werden. Und dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen Platz für Wohnbebauung. Oder halt vielleicht sogar noch für irgendwie so eine Sporthalle oder sowas. Hallenbad haben wir glaube ich da vorne, oder? Ne, da vorne haben wir eine Sporthalle. Dann mache ich hier mal das Hallenbad hin. Das passt doch wunderbar hier rein. Einmal eine Sporthalle. Dann haben wir hier, passt ja noch die Kunstgalerie? Ne, passt nicht mehr. Aber vielleicht so ein Theater der Republik. Hier so ein Kulturzentrum. Dann sind die ja nämlich auch auf jeden Fall nah versorgt. Und hier passt doch noch wunderbar eine Startuhr rein. Und dann können wir alles in Auftrag geben. Einmal die Straßen bitte. Einmal die Wege bitte. Und dann können wir hier hinten. Die Sachen werden sofort gebaut. Die hier sind noch, also ne, die Wohngebäude, die da noch nicht versorgt sind, sind noch nicht in Auftrag. Und dann aber gerne wieder hier mit dem Raster. Wo kriege ich denn hier? Ab hier kriege ich eine Kiesstraße dahin. So. So, das muss aber sehr nah dran gebaut werden. Egal. Niemand hat gesagt, dass es im Sozialismus einfach war, ne? So. Aber dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen auf Vorrat quasi noch Wohngebäude, die wir bauen können. Und die dann halt auch direkt schon verbunden sind hier mit den Straßen und der Bushaltestelle und so weiter. Und da auch in unmittelbarer Nähe hier zu den Einkaufsmöglichkeiten. Das sieht doch schon mal nice aus. So, ich glaube, das kann aber schon gebaut werden. Dann lass uns mal schauen, was können wir hier noch hinpacken. Erstmal kommt hier, glaube ich, noch mal so ein Weg rein. Und dann haben wir hier hier sowas vielleicht. Einmal. Dann haben wir... Warte, warte, warte. Wie geht das, wenn ich jetzt hier einen Weg hochbaue? Ja, das können wir leider nicht verwenden. Aber egal, das ist nicht so schlimm. Solange wir das hier hinbauen können. So. Dann können wir hier nämlich das Gleiche machen. Werde auch mit einem kleinen Schlenker. Aber der ist jetzt nicht... ...nicht... ...wild. So. Nice. Okay. Und dann haben wir hier aber noch sowas richtig cooles. Sowas hier. Guck mal. Holist der ewigen Flamme. Okay. Da brauche ich mal hier hin. Und hier hin. Na komm. Mit Straße bitte. So. Dann haben wir hier nämlich so einen richtig schönen Vorplatz noch. Die dürfen dann auch gebaut werden. Und da müssen wir... ...erst mal ein bisschen warten. Zumindest mal was das hier angeht. Aber während das gebaut wird... ...könnten wir... ...uns dran machen. Ja komm. Wir haben noch Zeit in der Folge. Easy. Weil wir hatten hier vorne irgendwo... Ich glaube hier war das. Hatten wir Öl. Und das Schöne an Öl ist... So. Wir können... Also wir bauen jetzt erstmal ein paar Ölförderpumpen. So. Wir haben jetzt hier 96%. Einmal. Achso. Einen freien Bagger im Depot. Gut. Dann machen wir es anders. Dann bauen wir erst hier eine Straße runter. Ja komm. Wird auch... Ja. Wobei... Wird glaube ich eine Unbefestigte. So. Wenn ich jetzt hier die Ölförderpumpe hinbaue... ...muss ich mal kurz gucken. Öl. 97. Oh. 98. Das heißt ich brauche hier... Oh cool. Nice. Da. 40. 43. 44. Brauche ich hier mal noch eine hin. Und dann können wir nämlich hier... 60. 66. 68. So. Und dann baue ich hier mal noch 67, 70, 71. So. Dann haben wir hier nämlich vier von den Dingern. Und dann können wir hier nämlich diese... So. Dann baue ich erstmal einmal kurz hier eine Straße. Halt. Ich darf es andersrum machen. Eine Straße. Dann erstmal relativ gerade nach oben. Einmal hier rein. So. Das ist halt das Neiße. Wir brauchen halt für Öl kein... Toll. Wir brauchen für Öl nämlich keine Arbeiter. Im Gegensatz zu Kohle. Das heißt wir können hier... So. Und hier kommen dann quasi die... ...Dingens hin. So. Ich hätte gerne dann... Einmal Bauindustrie. Ein... ...kostenloses Bauamt. Das ist die ganzen Sachen... Oh. Wir haben schon die maximale Anzahl erreicht. Das heißt wir müssen hier eins wegnehmen. Und wir brauchen langsam... Vielleicht bauen wir aber auch. Das wäre eigentlich wirklich eine Idee, dass wir hier mal... Haben wir das nicht schon? Technische Dienste. Müllverbrennung, Klärwerk. Werkstatt. Die muss fertig werden. Und dann bauen wir... Lass uns mal hier noch ein... ...noch ein richtiges Baum bauen, dass dann die Stadt immer weiter ausbaut. So. Mit 16 Plätzen vielleicht. So. Das brauchen wir Sprung. Perfekt. Und das dann aber auch mit hoher Pio. Dass das hier fertig wird, ne. Und wir dann verschieben können. So. Und hier unten... Da kommen dann hier die Bauämter hin. Und auf jeden Fall... ...ein paar Depots. Also wenigstens nur eins. Wo haben wir die Straßenfahrzeugdepots? Kostenlos. Hallo? Ja. So. Und... So eine kostenlose Tankstelle. Das dürfte, glaube ich, reichen für hier. Und dann halt noch die Bauämter, dass die dann erstmal das fertig bauen können. Und dann holen wir uns hier halt LKWs. Denn die ganze Zeit einfach nur das Öl nach da oben transportieren. Und dafür brauchen wir noch einmal einen Tank. So. Tanklager. 1.500, 90, 300. Wir brauchen... Wir haben vier Sachen, die wir anschließen müssen. Das geht nicht. Das sind zwei. Hey, können wir drei Sachen nur anschließen? Können wir nicht vielleicht? Warte mal. Flüssiggüter. Hier auch Rohrleitungspumpe. Achso, aber ich brauche die dann... ...so rum. Aber es ist oberirdisch. Hier unterirdisch. Ah, also. Die fließen dann hier zusammen. So. Und hier gibt es dann das Tanklager. Ja, da habe ich wieder das Problem mit dem freien Bagger, ne? Hier kommt dann das Tanklager hin. Und dann können wir nämlich vom Tanklager dann immer da hochliefern. Dann fließt aber erstmal alles in ein Tanklager. Und wir brauchen natürlich noch ein Umspannwerk. Reicht das alle? Nee. So erreicht es alle. Und das Umspannwerk hier hin. Und hier haben... Genau, hier haben wir nämlich auch Strom. So. Erste mal hier hin. so dann wird es hier mit strom versorgt strom können wir hier dann natürlich auch importieren von hier aus gesehen dass wir auf jeden fall genug fördern und dann haben wir hier nämlich hier ölförderpumpen die dann halt das öl dann dahin bringen und dann exportieren wir hoffentlich auch genug öl um halt den ganzen import mal auszugleichen das wäre schon mal ganz nice aber dazu brauchen wir jetzt erstmal eben hier oben das städtische bauamt dass das hier fertig wird und wir dann halt die ganzen fahrzeuge hierhin versetzen können und die werkstatt muss halt fertig werden dass wir die ganzen gebäude die ganzen fahrzeuge auch wieder reparieren können ja dann müssen wir ich würde sagen gesprungen ein bisschen vor ich hoffe die städtische bauamt machen die jetzt relativ schnell fertig bin ich mal gespannt okay bisher machen sie noch überhaupt nichts das ist praktisch sind die bauerämter überlastet oder sowas kann das sein wo bauen die denn jetzt gerade aber das habe ich doch jetzt nicht mit high prior gemacht okay das mit dem strom dauert halt ewig ne also ich habe das hier glaube ich davor auf hohe priorität gestellt deswegen bauen sie erst die werkstatt ist aber gar nicht mehr so verkehrt weil dann haben sie nämlich hier auf dann können wir die werkstatt nämlich schon mal mit material beliefern dann können wir mich die fahrzeuge in stand halten ist eigentlich schon ganz nice arbeitsbereich manchmal so können wir dann eine abgedeckte lade ach so ok da holt sich das selbst ich verstehe müssen nur ein quellen gebäude glaube ich angeben oder so abgedeckte ladefläche zehn tonnen dort dort aber der workshop dinge den hier für zwölf tonn ich nehme ich nehme den hier vielleicht 110 kw den hier den den favoriten so reparaturerlauben wenn länger untätig maximale anzahl der arbeiter pro fahrzeug das ist jetzt so wild aber die müssen halt noch hier bitte beliefert werden auf jeden fall das bedeutet wird die haben nämlich einmal beziehungsweise die haben die dürften alles liefern können genau einfach mal mit allem ich mache mal auf 70 prozent lagerkapazität perfekt dann dürften die jetzt nämlich beide losfahren und dann auch die werkstatt liefern was mit ihr warum fast bin ich los ich brauche noch auch teile ist doof oder holen die sich die teile halt selbst mit ihrem lkw irgendwie holen die sich doch gar doch jetzt guck mal da ist stoff ach die hunde ich verstehe ich glaube die holen die sich halt immer für das was sie gerade brauchen aber dann dürften jetzt so nach und nach die dinge repariert werden oder arbeitsplatz fahrzeug verkaufen andere farbe umbenennen ich bin gespannt abnutzung 58 prozent genau das müsste er eigentlich aber wir machen mal reparatur vielleicht das können wir nicht einstellen aber jetzt müssten dann alle durch repariert werden und danach dürfte es dann sich einpendeln auf dem normalen niveau stahl und alu brauchen die aber auch das bedeutet wir müssen eigentlich an den doppel wir haben hier eines kipper okay dann nehmen wir hier mal noch also das ist ein bauamt haben wir nicht mittlerweile sind zentrales verteiler lager die haben wir nicht technische dienste haben wir zentral teilungsbüro können wir hier noch einmal mit offener ladefläche als im tonnen 11 13 tonnen nämlich bei den hier wir versorgen die mal hier noch die werkstatt mit zu 70 prozent so okay ich bin mir nicht ganz sicher warum die nicht beliefert werden aber es scheint ja zu funktionieren die reparaturen scheint ja zu laufen also von daher mache ich mir jetzt erstmal keine sorgen so jetzt muss nur das bauamt noch fertig werden dass wir damit dem ölexport mal anfangen können ein bisschen geld zu verdienen money 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 ach so aber dafür muss glaube ich das hier so die 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 straße fertig dann als nächstes das bauamt haut rein leute ja haut rein leute wir brauchen erst noch beton und kies was macht ihr denn damit im baggern es rappelt in beton ton 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 aber jetzt seid jetzt schickt im beton mischer bitte ich weiß wir sprung gerade viel form aber wir können ansonsten halt nicht so viel machen gerade so wie sieht es wärme technisch denn aus overlays ich glaube wärme passt ne hier geht es einigermaßen nicht vielleicht die wenn die wärmepumpe hier dann noch steht dass sie dann von beiden seiten versorgt werden aber es scheint sich noch gut zu halten wir haben hier auch aktuell genug arbeiter einigermaßen dass die produktion halt immer ein bisschen da bleibt wir merken aber auch dass wir glaube ich ein paar mehr arbeiter brauchen also deswegen ist es gut dass wir die gebäude gerade ausbauen kommen die denn eigentlich da vorne an ne die kommen dann nicht hin zur bushaltestelle ach so warte die müssen jetzt zu dieser bushaltestelle hier oder ich glaube von der fährt man dann ne von der fährt man dahin das ist ja ein guter weg ach so ah stimmt wir haben eine linie okay ja aber dann dürfte es dürfte sie passen dass sie dann besser also weiterhin verteilt werden die arbeiter ah nice schon 45 prozent das habe ich gar nicht mitbekommen ich trinke mal ein stück kleinen moment so 56 prozent langsam wird es wird halt geil wenn wir dann so ein zentrales bauamt haben ne und nicht mehr diese komischen kies dinger da oben die können wir dann nicht abreißen auf geht's leute so hier haben wir direkt zwei neue hütten das bedeutet die anzahl an arbeit dann dürfte gerade oh hier gleich sogar neue hütten oh nein die zahlen aber so eine hohe arbeitslosigkeit warte mal zieht mal hier bitte nicht ein und hier bitte auch nicht wenn es fertig ist wir müssen halt langsam die bevölkerung steigern ne so hier dürfen ruhig voll sein aber dann haben wir hier fehlenden arbeitsplatz haben wir halt über 100 stück ich weiß nicht ob sie das ist vielleicht etwas besser einpendelt 80 16 prozent arbeitslosigkeit ist halt schon hart 15 prozent 14 13 aber es sinkt langsam vielleicht pendelt sich das ist einigermaßen ein dass wir aber müssen irgendwo ja wir müssen über 65 leute halt unterbringen was könnten wir denn machen dafür wir könnten stofffabrik bekleidungsfabrik ist eigentlich auch nice wenn wir stoff importieren oder halt hier warte was brauchen wir pflanzen importieren die dann zu stoff bearbeiten den stoff dann zu bekleidung verarbeiten dann die bekleidung wieder exportieren ich glaube das könnte uns auch was bringen das würde ich dann hier hinten vielleicht eher hin bauen aber ich weiß halt nicht warte mal das können wir doch gucken also wenn wir jetzt klamotten sind es die in oder export preise pflanzen importieren klamotten alter das würde es richtig bringen ich glaube das machen wir beziehungsweise wir müssen da gucken weil wir könnten die klamotten nämlich auch erst hier hin liefern dass wir die halt nicht mehr importieren müssen und dann nur die überschüssigen klamotten dann exportieren aber das wäre schon nice guck mal wir zahlen hier 25 rubel halt wir im pflanzen import für eine tonne und kriegen 1845 rubel für den export ich glaube das ist eigentlich eine gute idee und dann brauchen wir keine felte wobei die felder können wir dann früher oder später auch anlegen aber dass wir jetzt erstmal so ein bisschen was schaffen hier die klamottenfabrik ich glaube das mache ich mal okay aber wir haben dann halt hier noch brauchen wir die umweltverschmutzung da oben das ist nicht so wild brauchen wasser auf jeden fall eine wasseranschlussstation haben wir okay dann könnten wir nämlich theoretisch sagen wir bauen hier einmal die stofffabrik also eine stofffabrik hin die stofffabrik die exportiert dann maximal 10 tonnen stoff und die nimmt verbraucht bei maximaler produktion 2,4 tonnen stoff das heißt hier könnten wir dann sagen wir bauen ähm warte warte erstmal erstmal baue ich eine straße so und hier vielleicht noch einmal rüber ne so die können wir auch gleich verbinden perfekt also dann haben wir hier eine bestimmt ist es genau aufeinander ab also wir haben eine stofffabrik die stofffabrik braucht 20 tonnen lanzen maximale produktion äh maximale produktion sind 5 tonnen ok ok dann brauchen wir zwei bekleidungsfabriken so aber erstmal brauchen wir ein Lager so das bedeutet wir bauen jetzt mal das hier so geht das so oder ist so die 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 kur die kur ah aber das ist trotzdem zu nah dran weil wir müssen ja noch eine kreuzung irgendwie zwischen rein bauen das ist halt immer ein bisschen das also wenn ich jetzt hier eine kreuzung hin baue dann brauche ich ein Lager warte warte wie viel passt denn hier rein 100 tonnen Kleidung 200 tonnen Kleidung 350 325 ich nehme vielleicht mal das hier oder das etwas größere Lager ja toll ich nehme doch nicht das ja so geht es schon so dann baue ich einmal das hier das Lagerhaus genau dann können wir hier nämlich wir müssen halt gucken dass wir hier dann die die staplerfabrik müssen wir dann halt irgendwie schauen die muss halt hier oben ähm toll muss direkt von Gebäude A zu Gebäude B gehen na super ähm okay dann kommt aber hier auf jeden Fall mal die nächste kreuzung die kommt hier hin so und dann könnten wir aber theoretisch die so verbinden oder brauchen wir aber da oben nochmal wieder eine kreuzung wo wir dann die staplerfabrik anschließen so so einmal und zweimal eigentlich hier noch aber dann haben wir jetzt nur zwei zwei fabriken die wir anschließen können warte mal war ich das richtig also wir könnten jetzt nehmen wir das mal weg und das mal weg so dann bauen wir hier überall kreuzungen hin kreuzung kreuzung so so ist es ein bisschen besser dann können wir hier das auch abreißen eigentlich und dann haben wir von dieser kreuzung da kommt auf jeden fall hier einmal eine staplergarage so dass die halt alle erreicht das kann ich schon mal bauen und dann brauchen wir zwei Bekleidungsfabriken die da auch angeschlossen sind ne sehe ich das richtig Kleidungsfabrik einmal aber ohne das hier weil das muss da drüben angeschlossen werden natürlich ist das zu na gut machen wir so einmal und ich hoffe das reicht jetzt von der Reichweite von diesen Parteilern und sowas her ich glaube fast nicht weil ah Mist Wasser reicht ganz knapp nicht oder wir nehmen halt den hier ok aber da reicht es überhaupt nicht wenn wir hier das machen dann lass uns das so machen und wir reißen hier ab die Straße so hier gibt es eine extra Verbindung so ist ja lustig zu scharfe Kurve manchmal ist halt so ok und dann gibt es halt hier eine extra Werksverbindung sie ist nicht schön ist wirklich nicht schön aber wenigstens selten oder lieber hier ja machen wir so so und dann transportiert der das immer hier so zwischen den Dingern hin und her dann brauchen wir aber hier hinten noch eine Straße geht die hier lang ne geht nicht ne muss hier so beziehungsweise komm hier können wir das dann auch so machen oder nicht auch ich habe es ja drüben dann doch nicht so gemacht weil es nicht ging so dann haben die hier eine direkte Zufahrt und dann können hier die Sachen hin und her transportiert werden und hier können wir nochmal dann insgesamt einfach ein paar Leute unterbringen die dann Klamotten produzieren und die dann exportieren das ist eigentlich ganz nice ja cool das lasse ich mal in mittlerer Priorität anbauen hier das Bauamt können wir mittlerweile besetzen hier haben wir ein Quellgebäude und dann kriegen wir hier 10 Tonnen 10 ist bisher das Beste wir könnten den halt mit 12 haben der sieht ein bisschen zu krass aus 2 davon dann gibt es auf jeden Fall 2 Kipper da gucke ich auch mal ob es mittlerweile einen besseren gibt 25 aber ich glaube nicht ne 25 Tonnen klingt sehr groß 2 Kipper dann haben wir 4 dann brauchen wir offene Ladefläche 13 13 110 118 bei 12 reicht eigentlich auch dann haben wir hier gleich neuere ne wir haben jetzt 67 14 oh jetzt habe ich 3 gekauft und einen muss ich wieder verkaufen so dann brauchen wir Betonmischer würde ich auch mal 2 holen ne nehme ich mal den 2 Stück dann Planierraupen brauchen wir wahrscheinlich nur eine so dann brauchen wir 2 Busse 82 Passagiere dann brauchen wir wo wir eine Straßenwalze und einen Asphaltfertiger und 2 Bagger ne vielleicht die hier 25 kW ne warte ne der ist gar nicht so neu äh gar nicht so gut meine ich der ist zwar neuer aber ist gar nicht so gut so dann haben wir nämlich auf jeden Fall mal bei Spuren ein bisschen vor dass die alle ankommen einen davon können wir wieder verkaufen habe ich gesagt ne so weg mit dir da dann mal warten bis alle da sind dann gucken wir mal wie viel Platz wir noch haben so das hier hat dann 3500 Kilometer Reich äh 3500 Meter Entschuldigung Reichweite weil damit dürfte es dann alles in der Stadt abdecken so sehr nice dann haben wir hier 2 hier 2 hier 2 ein Asphaltfertiger eine Straßenwalze sehr viel mehr brauchen wir nicht wir bauen ja nicht andauernd Straßen und eine Planierraupen dann haben wir noch einen Platz frei dann würde ich vielleicht in einen Bagger investieren oder in einen zusätzlichen Platz weil Bagger brauchen wir immer relativ viele so Busse haben wir 2 Stück ne ja so Bagger Bagger denn da hinten am Baggerloch das ist Eral mit dem Bagger und der Bagger hat noch dann können wir nämlich hier von den Bauämtern ich baue mal die hier hinten erstmal ab na da müssen wir die Nutzfahrzeuge erstmal verkaufen so okay und dann können wir das hier abreißen und hier haben wir gar keine Nutzfahrzeuge perfekt sehr gut genutzt haben wir dieses Bauamt hier sehr gut genutzt haben wir dieses Bauamt hier so Fahrzeug verkaufen weg damit hallo so weg damit und weg damit weg damit und abreißen weg damit weg damit weg damit so und auch abreißen weil dann würde ich nämlich tatsächlich das so machen dass wir die drei lassen wir jetzt erstmal noch zur Unterstützung da aber früher oder später wird es ja dann hier entsprechend übernehmen das Bauamt ne deswegen fahren die ganzen Fahrzeuge gerade auch hier hin so das kann aber dann noch einmal bitte das Bauamt versorgen mit Sprit und dann werden hier gerade die ganzen Sachen rangefahren und die Arbeiter und so weiter und so fort ne okay das sieht gut aus wir haben immer noch 10% Arbeitslosenquote aber wegen fehlendem Arbeitsplatz sind sie noch 26 wegen fehlendem Schulaufschluss sind 48 bin ich mir nicht ganz sicher was ich da machen kann aber gut ach so und dann können wir natürlich das da unten in Angriff nehmen so die Depos haben wir schon Tankstelle haben wir auch dann gibt es ein Verteilerzentrum äh Fracht äh nicht Gabelstapler wo haben wir es hier Verteilungsbüro dann stelle ich es halt hier hin so ein Verteilungsbüro das braucht eigentlich ausschließlich einen Öltanker den hier nämlich den hier nämlich und kann dann nämlich hier Öl laden und hier Öl entladen so und dann kommen schon die Bauämter jetzt mal zwei Stück so und zwar brauchen wir hier auf jeden Fall einen Bus abgedeckte Ladefläche und einen Kipper und hier brauchen wir einen zwei Wagger mal und einen Betonmischer und nochmal einen Bus für Arbeitskräfte ne so Quellgebäude ist hier die Grenze bei dir genauso Quellgebäude ist hier die Grenze so und dann werden die wahrscheinlich jetzt erstmal loslegen mit den mit den ganzen Dingen jetzt wird die Tankstelle einmal aufgefüllt dann gehen erstmal alle tanken und dann legen sie los dann brauche ich aber immer noch erstmal den freien Bagger aber ich könnte theoretisch die Rohrleitung schon mal planen warte warte wüssig Güter unterirdische Rohrleitung so das kommt mal hier hin das kommt hier hin das kommt hier hin und das kommt hier hin so dann haben wir die nämlich schon mal dann wird das alles hier rüber gepumpt und wird dann hier weiter gepumpt in ein ich weiß nicht ob wir hier vielleicht sogar wirklich nochmal so eine zweite Pumpe bauen sollen guck mal ich glaub das mach ich kann ich das hier bitte mit der Straße verbinden so dann gibt es eine unterirdische Pumpe äh ein unterirdisches Dingens hier wird dann da hin gepumpt und hier drüben kommt dann das Lager hin da ist halt hier hin da kann ich es nämlich schon mal planen so bauen fertig ja nice ja cool ne dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal zwei Export Sachen ähm die wir dann nutzen können dass wir nicht mehr ganz krass viele Sachen importieren halt ne und damit dürften wir dann eigentlich schon gut vorankommen und dann holen wir hier noch die ganzen Öltanker die dann immer das Öl von hier nach da oben kurz fahren das dürften wir relativ gut hinbekommen wir müssen mal gucken wie viel Öl da tatsächlich fördert dann ne diese vier Förderdinger und dann müssen wir die Arbeitslosigkeit noch runter bekommen allerdings bauen wir hier hinten ja sowieso auch noch Sachen die halt die Arbeitslosigkeit dämpfen könnten so hier kann ich mal auf jeden Fall noch eingrenzen dass wir hier nur das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht Stoff brauchen wir nicht Alkohol brauchen wir nicht Essen brauchen wir Kleidung brauchen wir so Kunststoffe Elektronik brauchen wir und kein Sprengstoff so 38 38 24 perfekt weil dann kann nämlich dieses Versorgungsbüro so das hier ne das ist ein Bauamt 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 wo haben wir denn das Versorgungsbüro das unsere Dingens versorgt was ist das hier ah ok nice weil dann können wir nämlich hier auch sagen bitte einmal an das Lagerhaus schon mal liefern beim Lagerhaus haben wir 100% angegeben entladen und zwar Klamotten, Essen und Elektronik vielleicht machen wir mal 80% Uhr ne das Fleisch ist nicht so wild aber das normale sollte 80% bleiben glaube ich Produktion eingestellt was hat die Produktion eingestellt ah das Heizwerk ja gut ist aber auch warm alles gut ich glaube da damit können wir leben ja nice cool ne dann haben wir diese Folge ordentlich was geplant nochmal ne hier auch mit der Parteizentrale und mit den Exportschlagern und so weiter ne dass wir da ein bisschen Geld verdienen können bin ich mal sehr gespannt wie es weiter geht ich hoffe ihr auch schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare was ihr so vom Fortschritt haltet und vergesst auf jeden Fall nicht mehr ein Like und ein Abo da zu lassen einfach um den Kanal ein bisschen zu unterstützen würde mich sehr sehr freuen und ja ansonsten würde ich sagen sind wir am Ende der Folge angekommen und mir bleibt nur noch zu sagen ich bin Eral bis zum nächsten Mal